Ja, es ist wirklich erstaunlich, wie unser Schöpfer selbst die tropischen Pflanzen, wie die Maracoia oder Passionsfrucht, anpassungsfähig gemacht hat. Ja, die haben jetzt ca. 5 Grad Minus überlebt. Wirklich Wahnsinn. Selbst die Orangenblüten haben die Kälte überlebt. Heute haben wir den 24. November 2021. Wirklich Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal.